Soeben hat Apple den Released Candidate von iOS 17.4 als letzte Entwickler-Beta vor dem finalen Release sehr wahrscheinlich nächste Woche veröffentlicht und alle Neuerungen, Änderungen und was ihr sonst wissen müsst, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Wenn dich übrigens Videos zu neuen iOS-Beta-Versionen interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr zu verpassen. Parallel zum Update auf iOS 17.4 Released Candidate hat Apple auch Release Notes veröffentlicht. Hier sieht man einige Neuerungen, die mit dem Update kommen. Allerdings wurde nicht der Part mit den Drittanbieter-Appstores innerhalb der EU erwähnt. Wie erwartet, versucht Apple das Ganze hier ein wenig tot zu schweigen, weil sie natürlich nicht möchten, dass Drittanbieter-Appstores oder andere Dienste verwendet werden. Aber natürlich ist das Ganze hier in dem Update mit integriert. Mittlerweile gibt es einen extra Screen für Apps. Wenn ihr diese herunterladen möchtet, allerdings nicht für alle Apps. Bei mir ist das hier jetzt in Google Chrome aufgefallen und auch in der einen oder anderen. Allerdings wirklich nicht in allen Apps. Und ich denke, das Ganze wird hier ein neuer Screen sein für Drittanbieter-Appstores. Und wenn man Apps aus diesen Drittanbieter-Appstores entsprechend installieren möchte, hier sieht man nämlich nochmal so eine Art Vorlauf-Screen. Da muss man das hier unten noch einmal zusätzlich bestätigen, nachdem man eben die App herunterladen möchte. Und bei Google Chrome ist das Ganze hier bereits integriert. Ich gehe stark davon aus, dass es hauptsächlich eben für diese Drittanbieter-Appstores verfügbar sein wird und nicht für alle Apps nochmal mit diesem gesonderten Screen erscheinen wird. Dieses Update beinhaltet unter anderem natürlich noch einige Fehlerbehebungen und auch Optimierungen, besonders in Bezug auf die Gesetzesänderung innerhalb der EU, was den Digital Market Act angeht. Und da entsprechend muss Apple natürlich diese ganzen Anpassungen und Änderungen umsetzen. Und das haben sie mit diesem Update noch einmal optimiert. Es gibt aber tatsächlich auch noch ein paar optische Änderungen. Und dazu gehen wir hier einmal in die Einstellungen unter Datenschutz und Sicherheit. Denn hier finden wir jetzt unter anderem Zugriff auf Passkeys für Webbrowser. Und da wird das Ganze hier noch einmal erklärt. Hier werden Apps angezeigt, die sehen können möchten, für welche Websites und Apps du Passkeys gesichert hast. Also hier können eben entsprechend diese Passkeys bzw. die Apps, die auf die Passkeys zugreifen können, noch einmal aufgelistet. Und ihr könnt natürlich den Zugriff entsprechend erlauben oder auch nicht. Eine weitere kleine Neuerung findet ihr erneut in den Einstellungen, diesmal unter Nachrichten. Und hier könnt ihr einmal ganz nach unten scrollen, denn dann gibt es hier den Punkt Messages für Business. Da könnt ihr raufgehen. Das Ganze wurde hier zum Teil auch noch nicht komplett übersetzt. Und dann sieht man Neuigkeiten für Unternehmen. Du hättest Neuigkeiten zu deinen Bestellungen und anderen Transaktionen, wenn du ihren Empfang auf einer Unternehmenswebsite ausgewählt hast. Und das Ganze wird hier dann auch noch einmal erklärt, dass es eben natürlich verschlüsselte Nachrichten sind und so weiter, die Apple nicht einsehen kann. Und hier kann man eben entsprechend das Ganze nutzen, um mit Unternehmen zu interagieren bzw. dass diese zum Beispiel Informationen über Bestellungen per SMS senden können. Und eine weitere kleine Neuerung ist hier noch einmal ein Splash Screen, also ein Startbildschirm bei Apple Music. Neu bei Apple Music ist einmal das monatliche Replay und jetzt hören heißt jetzt Startseite. Da hat Apple ganz einfach unten im Tab die Bezeichnung verändert. Aber iOS 17.4 kommt noch mit einigen weiteren Neuerungen, unter anderem neuen Emojis. Dann finden wir hier in den Einstellungen unter Batterie eine neue Anordnung für das iPhone 15 und iPhone 15 Pro. Und neuer unter anderem kann man hier einmal den Batteriezustand und die Ladeoptimierung sehen, dann hier die Anzahl der Zyklen und so weiter. Also Informationen, die vorher unter Einstellungen allgemein Info verfügbar waren, jetzt hier entsprechend da, wo sie hingehören, nämlich in den Batterieeinstellungen. Und zu guter Letzt gibt es auch noch ein paar Neuerungen in der Podcasts App. Auf alle Neuerungen, die mit iOS 17.4 und dem finalen Release erscheinen werden, werde ich natürlich noch einmal explizit in einem Video eingehen, wenn Apple iOS 17.4 für alle veröffentlicht. Wenn ihr das also nicht verpassen möchtet, dann lasst jetzt gerne ein Abo da. Und damit würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon am Ende dieses kurzen Videos zur letzten Beta zum Release Candidate von iOS 17.4 vor dem finalen Release, der wahrscheinlich nächste Woche angekommen ist. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ich euch hier noch einmal auf den neuesten Stand bringen konnte. Wenn ja, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir euer Lieblingsfeature auf, dass ihr euch in iOS 17.4 freut. Mal unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Bis dahin, macht es gut.